Das bin ich, Ursin. Oder auch Ursli. Und das ist meine Freundin, Seraina. Ursin! Du bist famos. Papas? Für ein Mädchen ist die ganz in Ordnung. Aber Roman ist nicht gerade mein Freund. Auch nicht für meinem Zicklein Zieler. Sein Vater kauft ihm alles, was er will. Die stinkt. Eine Glocke spielt auch eine ganz wichtige Rolle. So eine schöne Glocke habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und natürlich auch mein Papa. Der Papa hat etwas wegen meiner Glocke gesagt. Ja, das wird sie. Du bist der beste Papa auf der ganzen Welt. Und meine Mama. Zu deinem Geburtstag bin ich wieder zurück. Erst am Tschallern am Mars. Und das ist übrigens mein allerbester Freund. Du brauchst keine Angst zu haben. Wo ist meine Glocke? Nein, hier. Schnellen uns nicht! Schnellen uns nicht! Schnellen uns nicht! Du musst du siehst alleine. Schnellen wir nach... Oooo! Untertitelung des ZDF, 2020